Hallo Augsburg und willkommen beim Messeflimmern. Ich bin Uli von Reis aus und Reis aus läuft morgen am Freitag bei euch auf dem Messeflimmern. Ich bin auch mit dabei und werde ein kleines Filmgespräch machen, bin für Fragen da und um Hallo zu sagen und überhaupt mit euch zu schnacken. Soweit ich weiß, gibt es noch Karten. Also wenn ihr Bock habt, morgen vorbeizukommen, einen schönen Autofilm über Westafrika zu sehen, einen Reisefilm mit vielen, vielen, vielen Eindrücken und allem möglichen verrückten Zeug, dann kommt vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis morgen.